Rostab, 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 rostab. Sehr geehrte Professoren und Präsidenten, sehr geehrte Mitarbeiter des Instituts für Islamische Theology, sehr geehrte Ernte Angehörige der Universität Osterbrück und vor allem die Studierende, die er auch so wunderbar hier vorbereitet hat. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich diesen Vortrag über den Westen aller Geschöpfe, über den Propheten Mohammed, aber wahr, wo er es in dieser schönen Runde halten darf. Ja, ich wurde angefragt, dass ich etwas Emotionales bringe und etwas Emotionales aus dem Leben des Propheten und ich habe mir verschiedene Gedanken gemacht, so ganz ohne Wissen kann man Emotionen nicht vermitteln. Das ist mir dann nochmal aufgefallen, wenn ein Ereignis dramatisch dargestellt wird, wenn ein Ereignis auch vom Zuhörer dramatisch sich vorgestellt wird, glaube ich, dass die Emotionen von selbst kommen und die Emotionen müssen sich bei Muslimen ja nicht immer in einem sehr exaltierten, zur Schau stellen zeigen, sondern sie können ja etwas bewirken, was tief in der Seele wirkt. Der Titel ist vielleicht auf den ersten Blick noch etwas kryptisch, Bescheidenheit und Stärke, die nachgeholte Bilderfahrt in der medienländischen Sira. Ich möchte auf diese beiden Begriffe eingehen, die sich genau hier in der Umratul-Khabar zeigen. Wie geht der Prophet Friede und Segen mit ihm in der Ziehung der Menschen um mit diesen beiden Polen, die wir haben, die Bescheidenheit im Menschen und die Stärke und wie spiegelt sich das in den Rieden und in den Ereignissen, die genau in diesem Ereignis der medienländischen Sira stattgefunden hat. Eine große Schwierigkeit, glaube ich, ist heutzutage bei der Verliefung von vielen islamischen Disziplinen, dass wir alles Bruchstückkraft übermitteln, dass wir dann, wenn wir die einzelnen Bruchstücke haben, uns immer gleich die Frage stellen, ist das richtig oder falsch, ist das gut oder schlecht überliefert, aber wir vergessen den Blick auf den Gesamtzusammenhang. Und wenn man sich die Sira insgesamt nochmal unter diesem Blickwinkel anschaut, die Frage nach dem Gesamtzusammenhang, wie spiegelt sich in den prophetischen Lebensstationen eigentlich die Erziehung des Korans, dann erkennt man für sich etwas sehr Schönes, dass wir quasi das göttliche Wort, wie es herabgekommen ist, sich in einer praktischen, biografischen Aufheilung von Ereignissen auf unverpasste Weise widerspiegelt. Um das Thema unter dem Prasar zu verstehen, müssen wir eine kurze Rückblende machen, auch das Jahr zuvor. Wir sind im sechsten Jahr der Hitler gewesen, sechstes Jahr nach der Auswanderung des Propheten Mohammeds von Mekka nach Medina, was man ja auch hier auf der Karte ganz gut sieht, eine Strecke von ungefähr 400 Kilometern, und seit sechs Jahren lebte die islamische Gemeinschaft in Medina und florierte. Und da war es im sechsten Jahr zum Versuch gekommen, eine Pilgerfahrt durchzuführen, die aber dann abgebrochen wurde, und danach werden wir draufgekommen, im siebten Jahr geht es eben um das Nachholen der Pilgerfahrt. Und dieses Nachholen der Pilgerfahrt wird in vielen Büchern recht stiefmütterlich behandelt, mehr oder weniger mit einer Seite, ja, und nächstes Jahr dürften sie dann vertragsmäßig kommen, haben ihre Pilgerfahrt ausgeführt, ein, zwei Ereignisse haben stattgefunden, und das war's. Ich glaube aber, dass in diesem Ereignis, das wir heute genauer anschauen, viel mehr Lehren stecken, und dass es in gewisser Weise ein Höhepunkt auf der prophetischen Entziehung ist. Dazu aber erstmal die kurze Rückblende, wir schauen uns also nochmal an. Es geht ja um die Erfüllung eines Traumes. Ein Vers aus der 48. Sura, und das ist die Sura, die dann übersetzt wird mit Sura, die Sura der Eroberung, ist es eigentlich eine Eröffnung, und bezieht sich möglicherweise zu einem großen Teil eher auf die Ereignisse von Odehia. Und da hat der Schöpfer offensichtlich nach der gescheiterten Pilgerfahrt in Odehia bereits angekündigt, dass sich eines Tages dieses Traumgesicht erfüllen wird, und dass die Muslime diesmal in Sicherheit in dem Zustand des Pilgers, also mit dem Kürzen oder mit geschorenem Haar, die im Bezirk um die Kabe getreten werden dürfen. Damals im sechsten Jahr, das ist ein Einstiegsinvestierer, hat der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam offensichtlich recht plötzlich einen Traum gekommen, und er hat in diesem Traum einfach nur gesehen, dass er offensichtlich in Gemeinschaft die Pilgerriebe und die Kabe ausführt. Es ist interessant, wie die Menschen heute reagieren würden, wenn sie vielleicht einen Propheten haben, der einen Traum sieht. Sie würden dann wahrscheinlich sagen, gut, du hast alle in diesem Traum gesehen, der wird sich also möglicherweise verwirklichen. Also lasst uns warten. Die Sahaba haben das nicht gemacht, die haben gesagt, aha, der Prophet sieht also, wie er um die Kabe schreitet. Das ist offensichtlich ein Aufruf zum Handeln. Also lasst uns jetzt alles in die Wege leiten und lasst uns diese Reise andringen. Ich glaube, ein ganz großer Unterschied, wie man mit diesen Handelsdimensionen heutzutage umgeht. Da sind sie ausgezogen mit 1.400 Menschen und natürlich symbolisieren sie die friedlichen Absichten, und das muss so sein bei der Schulterfahrt. Das Interessante ist nämlich hier, die Zentralen kommen das ja schon von hunderten Kilometern mit, dass die Medinenser als Gruppe in Richtung ihrer Stadt marschieren, wo aber wären diese friedlichen Absichten eigentlich so klar? Allein schon an der Kleine. Man hat nicht die Rüstung des Krieges an, man kommt nicht mit gepanzerten Helmen oder mit irgendetwas, was wirklich auf Krieg ausgerichtet ist, man kommt in der Kleidung des Pilgers. Und wenn wir uns da noch mal die Symbolik der Bilderfahrt anschauen, dann merken wir, ich glaube, was diese Haber damals tief empfunden haben müssen. Eine richtig existenzielle Herausforderung, die Schwelle zum Tod soll kurzzeitig überschritten werden. Denn, wir wissen es alle, wenn wir es jedes Mal aber wiederholen, spüren wir es vielleicht ein bisschen tiefer. Du gehst auf die Pilgerfahrt in der Kleidung des Grades. Wenn es nur der Mann ist, der mit seinen zwei Tüchern eingehüllt sich auf den Weg macht, ebenso zeigt sich diese Symbolik von Leben und Tod in vielen, vielen weiteren Stationen und Riten der Lederfahrt. Wie zum Beispiel die bestimmten Ehram-Verbote. Dass man genau diese Sachen unterlässt, die eigentlich die genaue Symbolik des Lebens bei Menschen darstellen. Haare schneiden, das Nägel schneiden, das Papieren, Papieren ist ja immer auch das Symbol für das Erwachen der Leben und für Fruchtbarkeit und natürlich auch genau die geschlechtliche Beziehung wird untersagt in der Pilgerfahrt. Ja, all diese Dinge, die den Menschen eigentlich zum Leben und diesseits notwendig gegeben sein müssen. In diesem Zustand, ohne an Händen, barköpfig in einer Gesellschaft, wo man normalerweise nicht barhäuftig herumgelaufen ist, kommen diese Menschen Richtung Mekka an, führen Gebrauchtvertiere dabei und zeigen, dass sie eigentlich nur in friedlichen Absichten gekommen sind. Wie werden jetzt die Mekkaner reagieren? Es ist eines der bekanntesten Missverständnisse, das wir typischerweise in unserer heutigen Zeit ständig produzieren, das dann als Antwort kommt, ja, wir erwarten, dass die Mekkaner noch ein bisschen anderes machen, als dass sie die Muslime angreifen. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen die Opferrolle, die wir heute gerne spielen, dass wir uns immer nur vorstellen, die Muslime damals sind die Friedlichen und Beraten gewesen und die anderen haben sie angegriffen. Aber, was würde denn passieren? Wenn die Mekkaner, die diese Stadt halten und die Dikaba verwalten, sagen, diese Gruppe von 1400 Menschen, wir greifen sie an, das wäre eine sehr leichte Sache, mit einer relativ kleinen Armee, gut ausgerüstet, ziehen sie den Bürgern entgegen, die sind sowieso erschöpft vom Weg, die haben sowieso kaum Kleidung am Leibe, die sind ausgemerkt, ausgemerkt, auch von den Reiseskrapazen, man greift sie an, massakriert sie, aber das machen die Mekkaner nicht. Was würde passieren, wenn die Mekkaner das machen würden? Sie würden sich selber fragen, denn sie haben diese Machtposition in Mekkan nur deswegen, weil die verfeindeten arabischen Stämme sagen, die Mekkaner machen ihren Job gut, die sind zuverlässig, die sind ehrlich zu den Menschen, die bereiten auch immer alles schön bei der Dikabaat vor, das Haus ist in besten Händen. Sollen die Korrejs nur eine etwas höhere Stellung haben? Wir schätzen, wir respektieren die Korrejs, solange die ihren Job gut machen. Wenn die Mekkaner die strategischen Fehler machen und unschuldige Pilgerer angreifen, dann werden sich auch andere Araber, die keine Muslime sind, die bis jetzt neutral gestanden sind, gegen die Mekkaner reden. Das heißt, der Prophet der Arabi hat damit die Mekkaner mit seinem Mauszug in eine Zukunft gedacht, in eine moralische Zukunft. Sie reinlassen? Wie geht das? Man hat sich eine Geschlaften geliefert und wie kannst du diesen Feinden in die Augen schauen? Das würde dir doch schaden. Die Arbeiter werden über euch lachen. Sie nicht hineinlassen, ist genauso schlimm und genauso gefährlich. Die Mekkaner werden also jetzt zum ersten Mal von den Muslimen auch wirklich strategisch in die Lage gebracht, dass sie sich zwischen zwei negativen Optionen entscheiden müssen und dann wählen sie doch den friedlichen Weg und sagen, wir wollen keinen guten gewissen Leuten und es kommt die Verhandlungen. Und der Prophet Salamah wünscht sich offensichtlich diese Pfand werden. Er weiß, dass wenn die Muslime einen gerechten Frieden mit ihren Gegnern bewirken, dass sich dann die gesamte Situation in Arabien ändern wird. Die Muslimen selbst haben das wenig verstanden. Sie begreifen nicht, warum der Prophet so viele Kompromisse mit sich machen lässt, um diesen Friedensvertrag zu bekommen. Selbst ein lobloser Sahabi kommt offensichtlich emotional aufgeladen zum gesamten redeten herrschen Ton an. Bist du nicht der Prophet? Sind wir nicht auf der Wahrheit? Hast du uns denn nicht versprochen, den Tawaf, den Kreis, um die Kabe auszupfen? Der Prophet antwortete nur geduldigen Worten, hatte ich dem gesagt, in diesem Jahr, du wirst schon dein Tawaf bekommen. Es kommt dann zu dem Vertrag und auch der ist so erstaunlich mit ungerechtem Klauseln geschickt. Die Muslime scheinen also hier in der eindeutig negativen und schlechteren Verhandlungsposition gewesen zu sein. Der Prophet aber besteht darauf, diesen Vertrag zu akzeptieren und einverhalten. Unter anderem wurde ausgemacht, dass das, was uns jetzt interessiert, dass in einem Jahr genau die Muslime nun nach Mekka kommen würden. Hier sieht man auch wieder ganz typisch, was für die Koraysh im Vordergrund steht. Sie hätten doch jetzt die Leute reinlassen können, sie stehen ja vor den Toren von Mekka, man hätte sie reinlassen können und sagen, man macht eurem Umraum und dann geht zurück und kommt dann die nächsten drei Jahre nicht, aber nein, gekehrt. Ihr geht zurück und dann kommt ihr nochmal nächstes Jahr, damit ihr zeigen würde, dass wir hier stehen. Und jetzt ein Lehrer, der seine Schüler sagt, wenn sie zu spät gekommen sind, du gehst nochmal raus, dann klopfst du und wenn ich sage rein, dann kommst du rein. Da will auch manchmal ein Lehrer seine Wacht ausspielen und genau das ist das Wichtige für diese prestigeträchtige Funktion der Kollegah, sie müssen den Arabern zeigen, wir entscheiden. Sie haben sich sehr gut vorgestellt, dass eine Muslime dann nächstes Jahr ganz kurz kommen, erleben ihre Bilderfahrt und das war's, sie glauben immer noch in der stärkeren Position zu sein. Der prophetische Traum bewirkt sich also, aber zu seiner Zeit auch vielleicht eine symbolische Aussage für uns, eine Ermunterung, das Gute verwirkt sich, aber das Gute verwirkt sich zu seiner Zeit. Nicht dann, wenn wir es wollen, nicht dann, wenn wir auf den Tisch schauen und sagen, jetzt soll Folgendes passieren, sondern dann, wenn der Mensch offensichtlich richtig erzogen ist, das richtige Handeln gelernt hat, dann gibt ihm der Schöpfer auf, den Erfolg, den es sich gewünscht hat. Das erste, was schon mal erstaunlich ist, in diesem Jahr, das jetzt vergangen ist, diesmal, im siebten Jahr der Hitler, kommen sie also nun zur Nachdruck und Lederfahrt, diesmal sind es 2000, die Muslime haben an Stärke gewonnen. Und sie kommen in eine Situation der Sicherheit. Jetzt hat man einen Vertrag, den man einen Jahr zuvor nicht hatte. Eine ganz andere Situation. Und jetzt, in dieser friedlichen Situation, können die Muslime sich so behalten, wie es ihrem Inneren entspricht. Und genau das will offensichtlich der Propheten Hamlet von der Wahrung erledigen. Auch hier gibt es einen Punkt, den ich glaube, alle schon gehört haben, in den Sierabüchern hat man das gelesen. Konnte dieser gründige Satz dem Menschen, der ihnen diesen Leuten heute etwas von seiner Macht, offensichtlich von der Macht Allahs zeigt. Also, die Männer werden angeregt, zeigen ihre rechte Schulter und eilt ein bisschen die ersten Runden, um offensichtlich Italität zu demonstrieren. Und auch das ist bloß ein Punkt, den die Leute nicht im politischen Brandwitz der damaligen Zeit verstehen wollen. Warum ist es denn jetzt wichtig? Warum hat der Prophet ein Interesse daran, den anderen gesundheitliche Stärke zu demonstrieren? Ist das das Wichtige? Das Ganze wird sehr klar, wenn man weiß, dass die Mekaner vorher vor der Reise immer ein Gerücht gespreut haben. Und dieses Gerücht lautete, die Muslime haben dort in Medina so einen Fieber, so einen Sumpfieber und deswegen werden sie hier ganz geschwächt ankommen. werden schon sehen, quasi Zahnfleisch herumkriechen und kaum ihre Bilder hinten ausfüllen werden können. Auch muss man sich fragen, ja und, warum ist es die die Muslime hier als schwach darzustellen? Ja, wenn dann mal ein Fieber in Medina ist, was stört uns das? Was hat es mit der Region zu tun? Die Mekaner wollen die ganze Zeit der Begegnung dieser beiden Städte zeigen, diese Muslime haben einen großen Fehler gemacht, dass sie nach Medina ausgewandert sind. Denn das wollen die Mekaner bitte nicht vergessen, den Mekanen geht es nicht darum, nur Gewalt auszuüben. Sie wollen nicht unbedingt jetzt die Muslime gewaltsam unterdrücken, sie haben auch keine Freude daran gehabt, als die Muslime die Stadt verlassen haben. Auch wenn sie im letzten Augenblick den Propheten Saladah oder Eser dann töten wollten. Insgesamt wussten sie, dass der Verlust dieser Bevölkerungsgruppe in Mekka wirtschaftlich eine Katastrophe ist und in Kureyj, in Arabisch sehr schlecht darstellen lassen wird. Nämlich als Menschen, die ihre Verwandtschaftsbande nicht einhalten, die ungerecht sind, die ihren Leuten auch nicht die Freiheit gegeben haben, die man normalerweise den Leuten gibt. Denn die Araber leben Wert auf Ehre, Tradition, aber auch Freiheit, dass der Mensch sich entfaltet, wo wir will. die Mekkaner haben sich in etwas sehr Schlimmes hineingeritten, dass sie diesen großen Hass auf die Muslime bei sich haben keinen lassen. Deswegen müssen sie der ganzen Welt zeigen, Welt heißt in Wohinbar damals, seht, seid muslimische Kinder, sind wesentlich schlecht. Die haben auch ein Klima, das ist nicht gut für uns. Ihr seid kuleisch, ihr solltet bitte in Mekka bleiben. Das ist unsere Stadt, da dreht sich alles um den Handel. Das sind unsere Berufe, die wir ausführen können. Wenn ihr nach Medina geht, werdet euch schaden, na, ihr seht schon wieder ein Fieber, das euch schwächt. Eure Religion schwächt euch. Eure Religion und euer Prophet haben euch da etwas hineingeritten, was nicht für euch gut ist. Das ist der wichtige Hintergrund dieser Propaganda, die die Muschikun von Mekka gegen die Muslime gestreut haben. Sie haben sich gefreut, wenn man dann zuschauen kann und sieht, wie die Muslime schwach ankommen, dann hat man schon einen ganz starken symbolischen Schlag den Muslimen versetzt. Und dann wird sehr klar und sehr klausiven auch wieder Prophene dann sagt, möge Allah barmherzig sein, demjenigen, der etwas von der Kraft Allahs zeigt. Denn wenn der Mensch nach der Kraft Allahs lebt, dass er im Bewusstsein der Kraft Allahs lebt, dass er sich von den Eigenschaften Allahs einhüben lässt, wie manche sagten, dann wird er sich verändern. Dann wird auch in seine Leben Ordnung und Disziplin kommen. Inneres Stärken sich dann auch als äußere Stärken zeigt. Also, es passte genau an diese Stelle. Der Problem will Stärken illustrieren. Dahinter steht mehr. Einen interessanten Exkurs kann man hier noch vielleicht machen. Da sieht man vielleicht auch nochmal, wie wir den Begriff Sunder und dieses Konzept Sunder vielleicht auch verstehen sollten oder könnten. Das ist eine der wichtigsten Diskussion heutzutage wo gern gesagt wird, der Koran reicht uns und die Sunder das ist höchstens so eine Ergänzung als schönes Vorbild. Aber vielen Leuten wäre es am liebsten, wenn man die Sunder beiseite schieben könnte. Wenn man sie aus aus dividieren könnte, dann hat man ein bisschen größere Freiheit in die Koran so zu verwagen, wie es einem gut stült. Für viele Menschen ist leider heutzutage Sunder etwas geworden wie eine Einschränkung. Als ob die Sunder dein Leben reglementiert und dich von Freiheit und Erfüllung abhält. Und da muss man sich mal wundern und fragen, warum hat der Prophet Mohammed bei seiner letzten Bilderfahrt dieses Muskeln zeigen und dieses schnelle Laufen und kommen bei der letzten Bilderfahrt drei, vier, fünf Monate vor seinem Wohle der Islam war abgeschlossen Arab war insgesamt zu Islam die vor dem Kader war schon seit drei Jahren die Hand der Muslime mittlerweile gibt es keinen Schöpf mehr. Es gibt keine Götzen mehr die jetzt neidisch zuschauen wie sich die Muslime verhalten. Warum aber hat der Prophet gesagt weiterhin an dieser Sache festhalten aber wir können nicht antworten warum aber es reicht wenn wir das einfach ein bisschen auf unsere Seele wirken lassen wenn wir in Läcker sind wenn wir in Läcker sind und dann fangen die Männer an ihr rechte Schulter zu zeigen und eilen in den ersten Runden um die Kava und dann denkt man daran es gab mal eine Zeit da sind die Muslime um die Kava der eigenen wussten rücken ein halben Kilometer 300 Meter nicht weiter entfernt saßen neidisch die Oberhäupter der Kurej und sagten wir haben diesen Leuten drei Tage gegeben damit sie ihre Filterfahrt ausführen und dann schnell ihn abhauen und hoffentlich zeigen sie die Muslime von ihrer schlechtesten Seite da gab es eine Zeit da waren die Fremde in Mekka und warum ist diese Zeit der Unfreiheit zermin gegangen weil sie den Geboten ihres Propheten gefolgt sind weil sie diese Lernge gezeigt haben und dadurch den ersten Schritt zur inneren Öffnung Mekkas beigetragen haben dann hätten sie das nicht gemacht wer weiß wie heute die Nase ausschauen würde seit diesem Zeitpunkt ein zwei Jahre später nach dieser Pilgerfahrt wird ja Mekka weit gegen friedlich erobert seit die ungebrochen ist Mekka in der Hand der Muslime und die Pilger werden durchgeführt wie damals als der Erbauer der Khabar oder der Wiedererbauer der Khabar und sein Sohn Ismail wieder auf ihm wie sie jetzt nach was angeführt haben also was sind wir diesen Leuten schuldig und das Mindeste was wir als Erinnerung machen können ist es nachzuahmen und wenn es auch nur ein sehr klägliches nachbeahmen ist ein bisschen ja wir sind auch krank entweder ankommen aber die Ahnung ist ein bisschen nach dann erinnern wir uns daran an eine Zeit als man in Mekka als ein bisschen drin war ja wir schließen ganz kurz mal die Ereignisse ab bis wir dann wieder zurückkommen zu den Lehren drei Tage sind also die Muslime jetzt bei dieser nachgeholten Wilgerfahrt in Mekka genau in dieser Zeit kommt es zu einer Anwahlung mit einer Witwe namens Melona Petare eine nahe Verwandte aus der Familie des Abbas ein Witwe und sie wurde vom Propheten und sie sich noch nie geheiratet die Anwahlung findet in Mekka statt der Prophet streckt also seine Hände aus in alle Richtungen versucht mit seinen entfernten Verwandten die Bindungen zu stärken und dann sagt er die drei Tage waren dabei abzulaufen schickt er einen Lagen an Nikolaj die Ausdauer und misstrauisch auf die Missilien herunterschauen und sagt ich werde eine Hochzeitsfeier ausgehen kommt die aus ist allein gelagen und er sagt Nikolaj nein wir werden nicht zu deiner Hochzeitsfeier kommen die drei Tage sind gelungen verlasse schnell die Stadt und jetzt sagt was würde es schaden wir können das verhandeln lasst nun noch ein bisschen länger bleiben und ich werde euch alle einladen zur Feier warum sagen die Kolleginnen hier nein was sie bitte stellen statt weil sie Angst haben die muslimen die Augen zu schauen weil sie wissen was die muslimen angetan haben und sie wissen wie schwer das ist wenn eine Hand ausgeschreckt wird weil man etwas übergeben will wie schwer es da ist etwas abzuschlagen die kollegische merken sie sind mit verweilen offensichtlich schon sehr stark innerlich geschlecht die leute haben die muslimen betrachtet und haben gemerkt dass die feindepropaganda der kollegisch falsch gelaufen ist dass diese muslime eigentlich ehrliche und zuverlässige leute sind die jetzt auch hier friedlich bereit sind die anderen zu einer gemeinsamen feier einzuladen die kollegische haben panische angst und sagen wenn wir das zu lassen werden sich unsere leute möglicherweise verprügern die ganzen konflikte werden bei leite gehen die kollegische brauchen diese konflikte um ihre macht struktur stark zu halten was sind jetzt noch mal die erwartungen der mekaner gewesen was sind die vor erwartungen der mekaner gewesen bevor die muslime zu dieser nachtruhenden bilderfahrt in die stadt gekommen sind was waren möglicherweise die fürchtungen der lekaner was hätten die muslime dort tun können sie bekommen ja quasi das stadtzellen um drei tage zur überwirkung gestellt und die kollegischen sich ein bisschen in die unliegenden hügel oder die bäume zurück immer noch so nah dass man die muslime sehen konnte aber man möchte einfach nicht mit ihnen face to face zu unterschieden was wäre eine angst der kollegischen gewesen hier was jetzt noch nicht machen können sie hätten zu ihren konversierten häusern zurückgehen können denn damals als die muslime den start gemacht hatten die mekaner die häuser der muslime konversiert die nicht zu erwarten gewesen dass die kollegischen das machen die meiste sagen das mussten die ja klar natürlich erwarte ich dass die kollegischen die höchsten die feine die wollen die mussten das verbringen nein das war nicht zu erwarten gewesen denn die damalige situation war dass die kollegischen andere sind als ein ehrenhafter schlamm meckern sie haben nicht das recht aufgelassene widerschaften quasi heutiger sprache zu konfiszieren häuslichen lehrstehen wegzunehmen wenn da ein wüssten hausgeweiner ist nach medina und seit drei jahren in medina wohnt wer durch anderen personen das recht das hause einfach zu lehnen das unterstricht allen moralischen reden und traditionen der arabischen gesellschaft da dient man nicht in ein haus rein das machen nur die ehrensten menschen das heißt die das damals wurde die korech im zweiten jahr entlang ungefähr die häuser der ausgewanderte muslimen konfisziert hatten das war eigentlich nicht zu erwarten gewesen das zeigt aber dass der hass der korech damals auf muslimen so stark geworden ist dass sie ihre eigenen moralischen prinzipien gebrochen hatten so sieben jahren später konnten die muslimen in die stadt haben drei tage zeit und sie können zu ihren alten häusern gehen sie könnten da mit den besitzern reden und wie man sagt händel anfangen ja wieso wieso wirst du in meinem haus das ist mir spät da was gegeben worden ich habe was gekauft aber mir hat das vorher gekauft gehört sie hätten sich streiten können über ihre häuser und das haben sie nicht gemacht und jetzt wird sehr symbolisch sie gehen nicht zu wollen auch nicht den meccanern und sich selber nur eines zeigen ich bin hergekommen um zum hause an mars zu bildern ich werde dann meine macht situation in diesem augenblick nicht irgendwie ausnutzen um irgendwie etwas für meine welt für meine dunja zu bekommen wir haben ausgemacht dass ich drei tage rein darf wir gehen hin wir werden die kare und wunden und werden so gehen und zu häusern das ist eine gesunde geschichte dass uns die kare ungerechterweise die häusern genommen haben das ist jetzt nicht mein thema da gibt es ein wichtigeres thema wenn ich das hause ab warst und ich glaube das ist der jünger gut der jünger zu den der prophet hat nicht in leuchten wo er nach wo wieder fahrt sein und übrigens wenn wir da fort sind verhalten euch mal bitte so angelehnt dass die anderen einen sehr guten Eindruck von uns bekommen zum Beispiel achtet auf die Mühltrennung aber jetzt machen wir das mal achtet darauf dass ihr die vorhin sorgsam umgehen und dass ihr die Welt nicht kaputt macht das ist ein bisschen gern das was wir als Muslime machen wir spielen den anderen eine Rolle vor und da warnen uns noch rechtzeitig mal ein bisschen anständig wissen die Öffentlichkeit der Professor hat nicht den Leuten gesagt er lebt aber nur drei Tage in diesen drei Tagen tun mal so als ob ihr ganz aufrichtig seid er bringt seine Leute rein 2000 Leute sie haben nichts anderes zu tun als zu gehen sieben mal die Kader zu reisen und den schwarzen Stein zu püssen den Lauf zwischen den beiden Hügeln von Sapa und Mörder auszuführen und dann kehren sie wieder zurück nach drei Tagen das ist die Strategie des Propheten Saul aus wenn er eine Strategie hat dann ist es nicht die Miete mit Gewalt erobern im geeigneten Augenblick seine Macht ausbüben und dann schnell den Leuten in den Rücken fallen oder quasi Widerstandsmäster in Neckar zu errichten oder Waffen zu horten oder irgendetwas das sind so die Ideen die leider viele müssen ihm heutzutage haben der Prophet weiß dass die Öffnung Mekas nur über einen einzigen Punkt geht über die Öffnung der Herzen der Mekane die wieder diese Herzen öffnen schon wie wir das gerne machen mit Vorträgen und Seminaren noch ein Vortrag und noch ein Vortrag noch ein exklusives Thema und dann am besten bleibt die Leute am ersten Tag die sich für den Islam interessiert haben die 32 Tast beitragen und die 24 Minuten die man in Kopflucht perfekt findet und so weiter und so fort das sind so ein bisschen die Themen die wir uns ausgedacht haben weil wir offensichtlich mit dem zentralen Kern nichts mehr zu tun haben der Kathes aber lautet wie das Herz berührt und es ist natürlich extrem symbolisch dass er genau zu einem Ort hingeht Kaver und dort ist ein schwarzer Stein und nach den Quellen wird dieser Stein genauso beschrieben wie im Koran das Herz geschrieben wird da war mal etwas weiß gestrahlend und ist dann schwarz geworden durch die Feder der Menschen so beschreibt der Prophet aber war von diesen ich sag's jetzt mal mysteriösen schwarzen Stein an der Kawa von denen wir heute nur noch kleine Häste haben war mal schwarz war mal weiß ist dann mit gesündem schwarz worden in acht einzig teile zerbrochen sehr symbolisch genau mit unser Herz das war auch mal ganz weiß und hell und strahlend und war mal wie auch immer das zu verstehen ist beim Schöpfer und dann ist schwarz geworden schwarz und schmerzer und dann strahlt einfach nichts mehr im Herz dann reflektiert das Herz nicht mehr das Herz sollte nicht ein Spiegel sein ein blank poliertes Spiegel der Wirklichkeit der Existenz spiegelt ja und dieser Spiegel ist glaube ich es aber auch noch zerbrochen der ist richtig zerbrochen und wir haben grüppchen Muslime die sich in Hass und Neid bekennen also die symbolische Entwicklung des Schwarzen Steines passt genau die symbolische Entwicklung unseres Herzens genau zu diesem Punkt will man also bei der Piederpart hin man will zu diesem Stein und man will ihn berühren und symbolisch nachzuahmen dass man eigentlich zu seinem Herzen kommen will das heißt man macht den ganzen Teil von Frieden um zu sich zu kommen ja aber das reicht ja auch wenn wir bei uns sind und zwar bei uns gesehen wollen wie wir eigentlich sein sollten wie unsere Liebe beziehen zu unserem Schöpfer sein sollte nämlich der strahlende Spiegel der die Eigenschaften Allahs reflektiert dann haben wir alles dann sind wir ja dort angekommen wo wir alle hinwollen wenn ich ins Paradies ist das nicht interessant dem Propheten geht es also nicht darum mit Worten mit Szenarien mit Vorträgen mit Büchern Büchertische in der Kunstkirche und Mekka quasi die Leute vom Islam zu überzeugen er hat ihn angebracht und er führt ihnen vor was der Islam an diesen Menschen verändert hat da kommt eine ganze Gruppe und die Kollegen haben sich auch gesagt was ist wenn die jetzt anfangen ihre alten Häuser zu sprechen wie wollen wir das legitimieren und wenn sie dann anfangen mit Streit dann müssen wir uns gegen diese Leute wehren was machen diese Leute sie kommen rein wir suchen das Haus dem Mars kommen zu ihrem Herzen und kehren wieder zurück und die Kollegen stehen wieder beschämt beschämt sie haben die Leute etwas weggenommen und die anderen sagen wer hat es das ist ja wohl das tiefste wie man einen Menschen auch in seinem Gewissen ansprechen kann du hast mir ein Schlechtes getan kein Problem ich habe es schon längst vergessen und ich vergesse es deswegen weil ich was größeres habe ich habe gar keine Zeit in diese Kleinigkeiten nachzudenken und das Haus das wir verloren haben ist quasi eine Kleinigkeit geworden das ist der Lied in perfekter eben praktischer Ausführung es kommt ja auch noch dazu dass Bilal nach den Überlieferungen laut diesem Augenblick auf der Kader auch stand auch hier sehen wir den Erziehungserfolg des Problems von Rauschen dass sogar ein Mensch mit dunkler Hautfarbe der beachtet worden ist jetzt auf dem aller liebsten Hause auf der Kader stehen darf was ist aus diesem kleinen Bilal geworden der ganz unten war und der noch weiter unterdrückt wurde und je mehr er unterdrückt wurde desto mehr hat er sich seinen wahren ergeben und desto mehr wurde er schrittweise erwunden da seht er auf dem Dach der Kader symbolisch in Israel ein Punkt ist noch extrem wichtig was ist denn der große Vorwurf gewesen den die Mekaner gegen Islam vorgebracht haben ist es so gewesen dass die Mekaner nicht an Gott glauben wollen wie manche die Leute sagen die haben alle Lama die auch den Schöpfer von Himmel der Erdrich den Korach kennen für sie war das Religion des Abraham ja auch nichts Entferntes und nichts Unbekanntes sie Jahren nur eine große Angst das ist die Angst dass ihnen dieser schön erhöhliche Platz in dieser Bünder weggenommen wird die große Angst dass dieser Erfahnen kommt und ihnen dann ihre Krivelien weg gehen wird und der Schätan stachelt und dann ging die Kollegen an und sagt wisst ihr warum das ein Problem macht mit seinem Schätan der will euch quasi das Geld aus der Tasche ziehen der will über euch herrschen und das ist der Vorwurf dem der Schätan Menschen einflüstert Religion ist doch nur ein Spiel Macht und Geld zu erhalten und wenn wir weiter mit der Religion am Maß zu gehen dass wir die Zeichen am Lars für den wenigsten Preis verkaufen dann hat das Schätan recht gehabt und wir haben mit gemacht dass die Menschen sagen Schritt der ist auch nicht als die ganzen erfundenen Systeme denen geht es nur darum Macht auszuüben und den Leuten quasi das Geld aus der Tasche zu ziehen deswegen haben sich alle Sachen ausgedacht mit Paradies und Wacht und mit Engel und mit Ging und der Prophet weiß dass die Kollegen diesen wunden Punkt haben und dass sie immer noch glauben der Prophet will ihnen etwas wegnennen und jetzt der ist er geht rein hat die Macht vielleicht auch hier wieder nach dem Verlorenen zu suchen wie er sagt sie was will nicht zu getreten damit war der Prophet ist der Gott könnte man sagen man könnte sagen war es den Menschen nicht vorher schon bewusst haben wir nicht immer wieder gehört dass die Mekanen in der vorispanischen Zeit vor prophetischen Zeit den Propheten als Elamin gezeichnet haben das ist ja ganz der Halt auch wenn sie nicht anders belegen können sagen der Prophet war doch als Elamin bekannt ja ist schön ist richtig warum aber nach dieser Deutung will und muss der Prophet es noch mal den Leuten jetzt zeigen im jahres 7 Weltraff war zwischen 20 Jahren und der Prophet hat Macht bekommen und er ist Antrieber eines Folgendes geworden und darum muss man immer kontrollieren ob die Usch und die immer noch nicht ist denn wir wissen wenn Menschen an Macht kommen wir kennen das von unseren Präsentaten im Nahen Osten wenn die an die Macht kommen dann verändern sie sich sie werden korrumpiert die Dunja ist wie ein Gift das die Herzen aufsaugt und du bleibst einfach wieder bei einem alten Prinzip deswegen muss der Prophet im sieben Jahr Deutschland es nochmal auf eine praktische Art Leidung Leuten vor und diesmal beweist er es mit einem alten Menschen da wurden wir da ein Leben und jetzt kommen wir mit eine Gruppe von 2000 Menschen die diese prophetische Erziehung genossen haben genau den gleichen Idealfolgen wir haben unser Herz an die Kava gehängt zeigen sie die Wahrheit in ihren Aktionen unser Herz geht an der Kava wir streben nur dorthin und dann kehren wir wieder zurück wenn unser Herz gereinigt ist dann haben wir alles und der Rest ist uns egal oder könnten wir auch sagen der Prophet hat den Bekannten in eine praktische Vorführung umgelegt den Bekannten Halin wo er sagt ich bin eigentlich ein Wanderer in dieser Welt ein Wanderer der aus einem Baum kommt kurz unter diesem Baum rastet um dann weiter zu ziehen das ist die Sichtweise des Propheten Johannes von Erwachen auf die Bühne ein ganz kleiner Ausschritt du kommst von Erwachen kehrst zurück zurück und dazwischen gibt es mal die Jünger die so quasi einen halben Nachmittag ausmacht das sagt zugleich das sagen auch die meisten Regionen viele Regionen sagen das und viele Menschen sagen das aber das Geheimnis ist der Folge ist die Blüterin dass man danach lebt der Problem ist ich bin ein Wanderer und ich bin nicht hierher gekommen irgendwie euch das Geld aus der Tasche zu ziehen ich habe größeres vor ich bin nämlich dabei einen Ort anzustreben der größer ist als alle eure Schätze die ihr hier habt nicht mein Haus ist wichtig sondern das Haus am was so wir kommen zum Schluss noch zwei Folgen eine gewisse Zusammenfassung der Prophet zeigt uns an der Vorwürdigkeit eine Mischung aus Stärke und Bescheidenheit dass wir noch mal passieren was eher in den unterdrücker wahren Signalen der Stärke gibt und was auf einen Signalen der Bescheidenheit gibt Bescheidenheit und den vor dem Menschen und das ist auch wie wir als religiosmetagogen wissen auch das Rezept für die erfolgreiche Erziehung die gesunde Mischung aus mehrer Persönlichkeiten Stärke aber auch eine gewisse Bescheidenheit und wir wissen dass immer jeder Erziehungsprozess scheitert wenn nur eine Sache von beiden betont wird ein Land ihrer der reinkommt und nur Stärke demonstriert und nur die Kinder einschüttert und ihnen etwas vorschreibt und sie zwingt stößt auf taute Ohren ein anderer Lehrer der nur bescheiden herkommt und vor lauter sozialer Kompetenz und sozialen Fähigkeiten sich von den Kindern um einen Finger mittel lässt wird auch nichts erreichen Es ist genau diese Wischung aus Stärke und Bescheidenheit Dass der Lehrer selber nach der Botschaft die er gerade bringt lebt dass er sie verinnerlicht hat dass er selber eine Freude daran hat das aber kann in einer gewissen Disziplin und manchmal auch mit stärkeren Maßnahmen auch vermitteln dann ist der Erziehungsprozess erfolgreich und genauso auch der Erziehungsprozess dieser Unmach von heute an wo ist heute das gleiche ist da die anderen muslimischen Gruppen die glauben sie können etwas gutes bewirken vielleicht auch nicht dass sie überzeugt sind sie meinen mit Stärken und Macht Demonstrationen Menschen einschüchtern könnte man etwas erreichen der Hass auf die Muslime und den Islam mit dem tun das ist die Politik die gerade lebt und dann kommen andere und sagen du musst so bescheiden sein und beständig entschuldigen für alles was der Islam sagt das ist auch kein Rezept des Erfolgs auch hier sehen wir die ganze Umwand ist heute von zerspalten und so zerrissen wie der schwarze Stein an der Kraler aus kleinen schnicken und pläblichen Reste eines groß blänzenden weißen Stein es geht das ist auch das islamische Menschen Welt der Quam die Menschen dazu erziehen sich nicht zu klein und nicht zu groß zu machen und genau dieses austarieren ist das schwierige der Schekan redet uns ein dass wir sehr groß sind und versuchen wir uns sehr groß zu machen vor den schreckt und damit genau so bei Menschen die verändern also hier wieder nicht zu groß nicht zu klein wenn wir das austarieren könnten trecken wir den Stein der weißen gewundert die zielbereignisse die wir jetzt betrachtet haben bilden eine kette sie bilden eine kette die von dem auszug nach dem den her bis an das lebens der des beträgen reicht ich möchte nur ein paar Hinweise darauf geben können es dann selber aber noch in detaile ein bisschen anschauen ob das versichert versichert andere Ansätze dazu prophet ist ausgezogen weil er ein Traum hat dieser Traum bringt den Friedensvertrag hervor weil die mussten einen Friedensvertrag haben deswegen schickt der Prophet Gesandte und Botschafter in verschiedene Länder denn er ist ein Staatsmann er schickt Gesandte und Botschafter in verschiedene Länder und die Könige und Herrscher dort reden die Unterschiede und einige greifen zu Gewalt die Rassamigen im Norden Arabiens töten den Botschafter des Gesandten deswegen hat der Prophet eine Expedition die Expedition von Mokota hingeschickt das sehen wieder mal die Mekaner und sagen sich Arraben sie sind dort geschwächt und außerdem ärgert es uns immer noch dass sie mit ihrer unraffin verwar so eine erfolgreiche spirituelle Machtdemonstration an den Tat gelegt haben sie versuchten gestern Rat der Geschichte zurückzudrehen und übereifach und übermut unterstützten sie einen Stamm das erdlich verbündeten der Muslime angreift und das war der Auslöser dafür dass der Friedensvertrag als geseitig galt und der Prophet eine Armee ausschickte und sie haben Mekaner praktisch nicht eingenommen und das ist die große Erdlich mit Mekas jedes dieser Ereignisse bringt das nächste hervor und am Anfang stand ein Traum ein Traum der sich in der Menschen Welt verwirklich das sind die letzten Gedanken deswegen glaube ich dass wir diese Umrah und Khabar einen Böden des Siddra begreifen können dass wir diese Umrah und Khabar den erfolgreich abgeschlossenen Erziehungsprozess erreden auf eine bestimmte Weise nachvollziehen können wie sich das geäußert der Symbolik der Bilder und im Verhalten der Menschen auch die schönste manche zeigt und auch die Aufmerksamkeit wie die wie die die Vielen Dank.